Grüßt euch, willkommen zurück und weiter geht's mit der guten alten Pokémon Liga. Ja, in der letzten Folge haben wir die nette Lady hier besiegt, somit auch den zweiten oder die zweite Person von den Top 4 besiegt. Jetzt geht's zum dritten Kandidaten und wenn ich mich nicht irre, ist das ein Eis-Typ und ja, sieht auch so aus. Haben wir nicht so viel da, ne, gegen Eis-Sachen, muss ich ehrlich sagen. Warte mal kurz, ich guck grad mal. So, ein bisschen Tonleiser machen bei mir, sonst ist das viel zu laut. So, ja, gegen Eis habe ich nicht vieles dabei, leider. Also gar keine Feuer-Pokémon dabei, erstens. Ähm, ich hab ein paar Viecher dabei, die Bodenattacken einsetzen können, äh, beziehungsweise Gesteinattacken. Ähm, ja, müssen wir mal gucken, müssen wir mal gucken. Irgendwie sollten wir doch irgendwie zurechtkommen. Ich hab als erstes, als erster Position, also als, der, in der ersten Position den Gewaltrohr ausgewählt. Da Kokuna jetzt überhaupt gar keine Chance hat, da überhaupt irgendwas zu machen. Willkommen, mein Name ist Frosina von der Top 4. Ich bin von weit her nach Hohen gereist, um die Eis-Attacken meiner Pokémon zu perfektionieren. Aber bisher habe ich mich nur lausige Trainer mit lausigeren Pokémon herausgefordert. Mensch, du bist aber gar nicht hier frech, würde ich mal sagen, ne? Also, auf geht's, zeig mir, was du drauf hast. Leider, wie gesagt, gar kein Feuer-Pokémon dabei, ja? Aber ist ja auch nicht schlimm, ne? Ist ja auch nicht schlimm. Irgendwie muss das ja auch ein bisschen spannend sein. Das darf ja nicht zu Käse sein. Deswegen schauen wir uns das mal auf jeden Fall mal an. Der nächste wiederum, also der nächste Kandidat, falls wir bis dahin kommen, also wäre Drache. Und da haben wir halt, äh, zwei Pokis, äh, die was einsetzen können, ne? Latias zum Beispiel, äh, Drachen-Attacken, wenn ich halt schneller bin, he-he. Und ein paar, vier natürlich, natürlich Feen-Attacken, ne? So. Hauen wir mal, zack, zack. Und let's, let's go! Im Waldrohr! Mach mal einen sauberen Schnitt, mein Freund. Ach, wer hat die Attacke ab? Ja, warum nicht, ne? Warum nicht? So als Begrüßung. Erstmal Attacke abwehren. Ist, denke ich mal, äh, nie verkehrt. No, sehr gut. Ich hab die Attacke hier ausgewählt. Die hatte ich noch als TM rumliegen. Hätte ich sie nicht dabei gehabt, Freunde, hu, wäre das knapp. Dann hätten wir ein bisschen mit, ähm, sehr viel schlagen. Müssen wir da rumlatschen. Also mit nicht effektiven Attacken, meine ich damit. O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O. Okay, nice. Ich kann jetzt wechseln. Das mach' ich auch. Ich wechsel auf... Gerardakis. Dass ich wieder volle HP habe. das ist mir zu blöd wenn ich jetzt hier gleich sofort verrecke wechseln natürlich setzen wir geradak sein er selber hat auch eine effektive attack und zwar zertrümmer aber gut ja zertrümmer halt aber mir geht es ja darum dass ich jetzt mal gutes pokémon jetzt wieder auf koppel so schön ist ein schönes ding so wenn uns das ding mal hier verwirrung wie gesagt absolut nicht mein ding weil da habe ich echt pech da trifft sich das ding jedes mal nicht einmal oder zweimal jedes mal zu sterben kommen eine attacke kriegst du durch durch oder oder das wird stirbt oder so ein pech ja jetzt ist geradak leider dauern das ist verwirrung freunde ich konnte jetzt eigentlich theoretisch zweimal noch angreifen hätte wahrscheinlich das bisschen geschwächt ja mein name ist gewalt und gehört hier gibt es probleme mensch da konnte es mal ein bisschen noch in den popel gedöns raushauen oder so top genesung noch rein ausgehauen ach komm wird jetzt eine top genesung hier auf wie ein pokémon verwandert ist das pokémon so sehr wert nice es geht auch alle gute dinge sind drei und zack ist es weg so gewalt durch erreicht level 60 solides level auf jeden fall latius 46 ok was war da kraft teiler ich hab eh da probleme mit latias äh latius sorry da er drei vm attacken hat weiterkämpfen da kann ich schlecht jetzt irgendwas austauschen hat eine drachen attack die würde ich schon gern beibehalten so heiß die sterben nicht der menschen boah wtf wtf er muss schon sagen wtf y oder das ist hart das ist sehr effektiv ich gehe jetzt einfach drauf bevor irgendeine trolle kommt so kukuna hast hast du natürlich die ganze arbeit alleine gemacht alle anderen haben geschlafen so paar bereich 53 ok nein ich möchte nicht wechseln ich möchte jetzt mein gutes weiter wieder wieder beleben das ist das ist echt das ist echt schwierig in behalten pflanzen pokémon dabei hast was gegen so welche gegner sehr schlechter aussieht ne habe ich kein beleben ach so falscher bereich doch da war es so viel mal habe ich es noch vier mal boah das ist so heftig das ist so heftig ich kann sie noch nicht einsetzen ich kann sie noch nicht einsetzen das ist so krass warum ist das so effektiv so ich will ein bisschen ärgern ok oh ja das parapares fantastisch fantastisch nice nice das ist fantastisch das heißt so man kann ich ihn aufpäppeln top genesung kann ich angreifen so schön es wäre cool wenn du gleich auch nicht angreifen kannst komm ich schau dich fliegen vielleicht kann ich ihn so besiegen und deine nächsten hunde kann ich auswechseln das ist auch nicht so verkehrt ich ziehe jetzt zwar nicht viel ab aber es darf jetzt keine top genesung kriegen konkrete kritte machen was weiß weiß haben wir das ding hier weg gehauen mit latios sehr schön sehr schön sehr schön dann wechse ich mal schnell aus wechseln so gewaltig jetzt muss aber richtig power geben mein freund jetzt richtig total eskalation so okay ok 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 passt passt so verliert natürlich die mega anwicklung weil es gestorben ist setzt schutzschild ein ok das ist mies eine runde pausieren er will dass ich vom hagelsturm stehre aber das dauert das dauert so nice irgendwie haben wir es doch geschafft mit dem pflanzen pokémon hier die fast alle gegner weg zu hauen ne gut kokuna hat eigentlich an die meisterarbeit gemacht aber egal ok war doch irgendwie doch solide oh oh guys it's time evolution hope kokuna du hast lange in dein kokun kokun kokong drin jetzt ist es echt zeit dass du dich befreist zeig uns deine wahre gestalt es ist ein b ich habe glaube ich kein bieber stein dabei sonst hätte ich ihn direkt mit mir bieber stein verpasst da ist bieber freunde ja richtig nice gut geht 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 so ok jetzt muss schon mal was gucken wir haben zwei tote so beutel beleber mit 3 ja ich mach das so ich lass geradax noch sterben da also unberührt wie wohl ist am start ich werde jetzt sowieso wechseln und zwar paar vier an erster stelle das das beste was machen kannst für den gegner gleich das auf jeden fall so tauschen so komm wir speichern hier sicher ist sicher und rein oh yes let's go das ist der letzte von top 4 aber es ist dann noch lange nicht vorbei denn dann gibt es noch den guten alten champ den müssen wir auch vernichten besiegen zerstören zerschmettern niederschlagen ähm ja schauen wir mal aber jetzt erstmal der gute bursche hier wir haben auf jeden fall gegen ihn jetzt das passende pokie ne parfi aber auch paar pokies dabei die drachenattacken einsetzen können und drache auf drache ist halt auch sehr effektiv nur wer zuerst kommt mal zuerst war so okay mein freund mein lieber freund mit den großen schnurrbart wenn nicht wirst du im kampf gegen mich scheitern okay geil der epische kampf hier du 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 kleines party einfach am start so er genau so viele punkte dabei wie ich hätte ich da besser die attacke mal bisschen aufgepäppelt oder ich weiß ja nicht reicht das für alle aus ok sehr gut ok das erste fisch haben wir down das erste stone sehr schön ich weiß doch wo ich die in einfach sagt vier die erst mal die pokémon liga durchgespielt habe das war echt eine tortur alle meine pokies waren beim vierten nach dem vierten typ hier zerstört und ich musste sie über über das internet rüber tauschen und wieder heilen weil ich jetzt nicht nochmal machen wollte war voll das komplizierte gedöns einfach weg ist einfach nochmal neu zu machen fertig so das war gerade wo das spiel rauskam das war echt schon sehr witzig weiter kämpfen zieht nicht so viel ab aber das zieht viel ab krieg ist leider nicht geworden ist so krass stark bin ich nicht ich habe halt die effektive krieg top genesung das ist auch so ein problem jetzt gleich denke ich mal ich verballer zu viel mondgewalt raus und dann habe ich gleich keine mondgewalt so ein krit wäre ziemlich gut komm nochmal wird es nochmal schützen na nochmal ihnen ist das pokémon sehr wichtig wie es aussieht lilbeldra bäh nochmal leider kein krit so ich kann jetzt noch fünfmal einsetzen na das zieht nicht viel ab so kriegst nochmal sehr schön zweites pokémon so jetzt habe ich noch fünfmal oder viermal glaube ich kann ich irgendwas einsetzen danach müsste ich mal wechseln hätte ich das party weiterentwickelt auf par finesse und so ein kram könnte es sogar hier sage ich mal die die viecher worden hätten ja aber gut party regelt nicht sterben nicht sterben par finesse so oh nice so wenn du das nochmal machst wäre es sehr schön dann gibt es halt noch ein pokémon komm nicht sterben achso ach ne verwirrung ey der wusste was sie was ich nicht mag ok party wird sterben und das will ich nicht das geht nicht dann wechsle ich aus so so auf gehts gewalt ak mega gewalt so nice ich kriegs auch durch und somit ist die welt down ich glaube die nächsten zwei mache ich einfach mit gewalt roh das kriege ich hin gewalt erreicht level 61 sehr schön so landius erreicht level 47 auch nicht schlecht nö bleiben wir jetzt erstmal da so ich kümmel theoretisch auch reicht schon aus reicht schon aus reicht schon aus sehr schön reicht schon aus nice 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 so noch ein pokémon was war das was was kommt jetzt zuletzt weiß ich jetzt grad gar nicht mehr ah Bruder Lander stimmt ja Bruder Lander so erstmal angriff bisschen gedrosselt das ist mir egal komm kritten könnte es auch mal ein bisschen ne aber nö wollte man nicht nein boah ey WTF 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 zu krasser Schaden halt zu krass zu krass so das kommt yes geht doch geht doch zu glück habe ich beleber noch zwei beleber habe ich noch ne die kann ich schön jetzt gleich einsetzen sehr schön und dann peppe ich mein Team komplett voll für den Champ aber den machen wir heute nicht den machen wir jetzt im nächsten Part auf jeden Fall zum Glück habe ich Parfi ausgewechselt weil das wäre sonst äh ja bisschen übel ausgegangen weil sonst hätte ich nicht genug ja weil ich habe auch nicht dran gedacht ne beleber mitzunehmen sollte man eigentlich ne so so natürlich kann man wie ein Pro Gamer einfach ein Poké mitnehmen ne auf maximale äh Angriffswert etc und alles durchpäppeln das geht natürlich ja auch habe ich auch mal gemacht mit Quajutsu ne geht meditales Quajutsu und so ein Kram so ähm ja dann machen wir das mal denn jetzt können wir die beleber einsetzen zwei Stück habe ich einmal ja das ist der Champ der uns da jetzt gleich erwartet aber das wie gesagt schauen wir uns dann im nächsten Part an jetzt erstmal solide alles hier ein bisschen aufpäppeln bäppeln bämm bämm so nice und falls wir sterben werden wir neu schaden ich werde jetzt im Offline Stream nochmal überall mal ein bisschen äh die Attacken bisschen pushen mit Eda und so ein Kram und deswegen dass wir richtig durchstarten können gut Freunde dann waren wir erstmal sind wir erstmal ein bisschen fertig wir schauen uns das Ganze im nächsten Part an und dann gehen wir endlich mal zum Champ und dann hauen wir den weg und dann ist sag ich mal das Spiel erstmal durch danach kommt man ein bisschen noch Delta Episode etc aber das werdet ihr auch dann sehen wie das Ganze abläuft also würde ich mal sagen bis dahin euer Zacharias Ciao